Mahlzeit. Grüße euch. Ich hoffe alle gut bei euch. So, ich bin jetzt gleich im Jarten. Ich muss jetzt noch ein kleines Stück laufen. Ich werde euch gleich, wenn ich da bin, mal das Konzept von heute präsentieren. Mal gucken, was ich mir da jetzt raussuche, was noch an Dosen da ist. Und dann sehen wir uns gleich an der Wand beim Präsentieren. Bis gleich. So, da bin ich aufgestellt. Hier haben wir die Farben, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar, das ist das Fill-In. Die vier. Outline. Und noch ein bisschen Spielerei. Hier die Second-Line. Und auch noch Spielerei. Outline und Augenfarbe für den Charakter, der Kleiner mit den Augen. Heute gibt es ein Throw-Up. Die wird gemacht. Da sehen wir uns gleich, wenn ich vorziehe. So, nehmen wir uns mal die hier zum vorziehen. Nehmen wir uns mal hier einen Cap. Standard-Cap. Mal den Wiebke, wie ihr sagt. Alle nachdenken. Gut. Okay, 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 okay. Jetzt nehmen wir uns mal die erste Dose hier, stechen die mal an, machen wir mit den Mittagern an, machen wir mal klassischen Verlauf, wenn es geht. Okay, Mama, mir geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Da wo die Kisten sind Nehmen wir uns mal ein Frühstück Jelbe zum Fäden hier, um die Übergänge zu machen. Okay. 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 und zwar werden wir hier mit dem ein paar Blasen da rein machen, dass das überall drüber geht und dann mal über den weisen Punkt rein werden wir uns mal die Outline Dose nehmen mit dem blauen Cap dazu und dann wollen wir hier Outlines machen so jetzt machen wir eine kleine Schmottigei und dann machen wir einen Sein-Johol und dann machen wir einen Sein-Johol und dann machen wir einen Sein-Johol wasgelbämmchen so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch mal ein paar Highlights rein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020